2020. Auch wenn dieses Jahr alles etwas anders läuft. Euro 20 Plus findet wieder statt. In diesem Jahr allerdings digital und virtuell. Im Oktober lädt euch die Bundesbank erneut zum Diskutieren, Nachfragen und gegenseitigen Vernetzen ein. Nutzt eure Chance, Europa mitzugestalten. Tauscht euch mit anderen jungen Menschen und Fachleuten über die aktuelle europäische Geldpolitik aus. Bundesbankpräsident Jens Weidmann beantwortet eure Fragen und diskutiert eure Ideen mit euch. Spannende, interaktive Workshops rund um die Strategie der EZB warten auf euch. Trefft Moderatorin Esra Karakaya und lasst euch von ihr durch das Programm führen. Sei dabei! Bewirb dich jetzt auf euro20plus.de Jens Weidmann ierten